Willkommen zu den heutigen VIVI News. Wir sehen ein weiteres Star Wars Collectible in der VIVI App. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Giveaway von VIVI an und wir schauen uns auf jeden Fall unter anderem auch den nächsten Stream, sowie auch den nächsten Comic Drop von VIVI an. Das noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge spannenden News mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt mit dem nächsten Star Wars Collectible rein, was wir am Freitag sehen werden um 17 Uhr deutscher Zeit. Und zwar sehen wir nämlich hier den Lambda Class T4A Shuttle, beziehungsweise das Shuttle, was unter anderem auch für Darth Vader persönlich sozusagen zuständig war. Wir können uns das Ganze hier auch nochmal anschauen. Das Ganze wird alleine droppen, also wir werden hier nicht noch ein weiteres Collectible sehen. Wir werden nur dieses Collectible sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Stückzahl und auf den Listenpreis. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich hier einen Listenpreis von 40 bis 60 Jumps sehen werden. Was die Editionzahl angeht, werden wir es auf jeden Fall sehen. Sollte sie auf jeden Fall relativ niedrig, das heißt unter 1500 sein, wird das Ganze hier definitiv über Droppreis sich halten können. Sollte das Ganze über 2500, 3000 Editions gehen, wird das ziemlich safe unter Droppreis gehen. Deswegen für mich persönlich, ich warte ab, bis die Droppdetails da sind und entscheide dann, wie ich mich auf jeden Fall mit diesem Drop verhalte. Ansonsten gibt es auf jeden Fall auch das nächste Giveaway von Vivi. Und zwar geht es nämlich hier um ein TikTok-Video, wo ihr im Prinzip kommentieren müsst. Ich werde euch natürlich das TikTok-Video einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ihr habt auf jeden Fall Zeit, bis morgen hier dran noch teilzunehmen. Am 14. September wird das Ganze hier geschlossen. Ihr müsst an dieser Stelle einfach nur das Video liken, einen Kommentar schreiben mit eurem Namen und einer Rarity von den Covern, die auf jeden Fall in diesem Video vorgestellt werden. Also ziemlich simpel. Ich bin auf jeden Fall gespannt und drücke euch auf jeden Fall die Daumen für diese Giveaway. Ansonsten kommen wir zum nächsten Livestream und zwar nämlich am Donnerstag um 19.30 Uhr, deutscher Zeit. Und hier werde ich zusammen mit dem guten Energy und ViviVersum einen sehr schönen Stream machen. Und zwar nämlich einen sehr interessanten Stream machen. Und zwar geht es nämlich um das Thema, was ist mit dem ViviVers. Der gute Energy hat an dieser Stelle auch schon ViviVers Beta-Access. Das heißt, er kann hier auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen klaudern. Was momentan dann eigentlich so passiert im ViviVers, natürlich nicht zu sehr ins Detail. Aber auf jeden Fall oberflächlich werden wir da einige Sachen bestimmt erfahren. Deswegen auf jeden Fall sehr gerne einschalten am Donnerstag um 19.30 Uhr, deutsche Zeit. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Comic an, was wir auf der Vivi-App sehen werden. Und zwar nämlich New Mutants Hashtag 100 aus dem Jahre 1983. Das Ganze wird an dieser Stelle am Donnerstag um 17.00 Uhr, deutscher Zeit, droppen. Und das Ganze natürlich wie immer hier mit exklusiven Rare, wie auch Altrek, haben wir an. Außerdem haben wir die First Appearance of X-Force hier mit dabei. Das ganze Comic ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich interessant von den Kappern. So wie auch insgesamt meiner Meinung nach. Wir haben hier zwar einen Listenpreis von nur 7 Gems und Editions von 6.000. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Daten auf GoCollect anschaut, dann sieht man doch hier relativ schnell, das ist kein wirklich starkes Comic. Wir haben hier 2.000 Grades, aber der Preis ist hier auch nicht wirklich enorm. 85 Dollar ist einfach nicht gerade viel für so einen Comic. Ansonsten haben wir hier noch die First Appearance of Shatter Star mit dabei. Aber das Ganze scheint anscheinend nicht so wirklich krass reinzupunkten, wenn wir hier solche Preise sehen. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall noch ganz kurz die Dropdetails an für den kommenden Disney Comic Drop. Und zwar sind wir nämlich hier Once Upon a Mouse in the Future. Und das Ganze ist tatsächlich ein Comic aus 1936, was jetzt fortgeführt wird. Das Ganze werden wir am Mittwoch, das heißt heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit sehen. Natürlich hier auch mit sehr interessanten Covers auf jeden Fall mit dabei, die auch teilweise aus dieser Zeit inspiriert sind. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal eine Zusammenfassung zu den einzelnen Covern. Und wir haben hier auf jeden Fall einen Listenpreis von 7 Gems und eine Editionzahl von 10.000 Stück. Für mich persönlich definitiv ein Skip. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vibi-News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.